Freunde, heute ist es soweit. Der OG Fortnite Reloaded Modus ist ins Game reingekommen. Falls ihr nicht wisst, was das Ganze ist, das Ganze ist ein OG Modus mit den alten Städten, alten Waffen, alten Grafiken. Also eigentlich das, was wir in Chapter 1 Fortnite hatten, in einem neuen Modus. Das Ganze funktioniert so, dass man in einem Vierer-Team spielt. Ich habe das Ganze mit Alvi und Kato gespielt. Wir haben das Ganze nur zu dritt gespielt, weil es ein bisschen entspannter dann ist. Und das Ganze ist kein normales Battle Royale, sondern man kann darin respawnen. Was man darunter versteht, seht ihr jetzt dann gleich. Bevor wir jetzt in die ersten Runde reingehen, würde ich mich noch sehr über ein Abo auf dem Kanal freuen, damit wir dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten schaffen können. Und in dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Abfahrt. Wow, 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 wow. Alter Lobby. Oh mein Gott. In Taktikl, in Taktikl. Das sind wirklich die alten Farben. Ja, und Wailing, komm mal, ich sehe Wailing, was schon enden. Alvi, Alvi, dreh dich um, dreh dich um. Du bist wieder clean, oder? Du bist wieder clean? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist wie damals. Hier gibt es die alten Steine. Oh nein, die beiden... Oh mein Gott. Ich glaube, wie geil ist das auch. Okay, Jungs, wir müssen tiltet, oder? Wir müssen. Tiltet oder wo gehen wir? Wir müssen, oder? Erste Runde. Einmal rein, einmal kurz gucken. Kuki Kuki machen. Reload, das überlebte Team gewinnt. Selbst wenn du am Boden bist, bist du... Okay, perfect. Danke, sonst. Ey, die Farben sind so geil. Ich kriege kein Max-FPS. Oh, perfekt, ich habe 80. Ich habe Lama, 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 Lama gespottet, Lama gespottet. Ich kann nicht fliegen. Ich habe als erstes Spiel der ganzen Welt Lama gespottet. Ich habe Bandys, ich habe... Oh, die Bump, oh, die Bump. Ich habe Leverpump. Ich habe alles, was ich brauche. Über uns, Kevin, über uns. Üben ist noch hoch. Hier drüben, hier drüben, hier drüben, hier drüben, hier drüben. Und, 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 und. Hier, hier, hier drauf. Hier drin, hier drin. Erster Gild noch. Nice. Wir tot, wir tot. GG's. Nein, nicht GG's. Und jetzt? Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Bin da, bin da, bin da, bin da. Wo denn? Ich habe Mini-Speak-Bots alles für euch. 24, 22. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Komm zu Kevin, komm zu Kevin, komm zu Kevin. Ja, komm in die Brücke. Tot, tot, tot. Neues Team, oh nein. Ich pushen euch, ich pushen euch, ich pushen euch über euch. Pass auf. Okay, warte, ich mache Experiment. Ich drücke jetzt R. Ich bin gestorben und ich muss 30 Sekunden warten. 30 Sekunden? 30, 30 Sekunden. Albi, ich habe null Metz, ne? Okay, warte, warte, was kann man mit Gold machen, ist die Frage. Schöner Pump. Alter, Kato Prime. Ich bin auch wieder da. Lol, man, da, wo man gestorben ist, einfach in der Luft. Oh, man, spawnen. Jungs, die spawnen mit einer R. In Grau. Oh, aber kein Scheld. Wollen wir vielleicht Main Tower pushen? Über uns, über uns. Okay, okay. Er ist bei mir hier, ja. Geben wir den Lut, wo ist der Spinner? Finish den, finish den einfach. Nein, schack. Ey, die Tank ist so geil, die ist so clean. Gibt es eine normale Pump? Hier ist eine graue Pump, Ami. Okay, 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 habe ich. Lass mal Main Tower, lass mal Main in die Gebäude. Ich wollte bitte Pump, Ami, wenn ihr habt. Über die Albi, lass oben. Ja, Brick um. 30 Sekunden, 30 Sekunden. Hier ist die ganze Weltgeschichte, Kevin. Ich bin ganz oben. Ami, Albi. Ich komme, ich komme. Wir sind jetzt im Zwischenraum. Genau da, ja. Meine Wohl, alles mir. Schön, dass es noch einer ist. Pass auf. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay, warte, lass mich kurz zählen. Ich brauche es weg, ich brauche es jetzt. Ganz dringend. Ich habe immer keinen Main. Ich bin wieder runtergefallen. Bei mir ist einer drin. Tot, 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 tot. Wenn ihr in den neuen OG-Modus krasse Kills machen wolltet und eure Gegner immer zerstören wollt, dann braucht ihr dafür gute FPS und einen guten Gaming-PC. Und genau den gibt es bei MyPC. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr auf die Seite von MyPC. Und hier gibt es nicht nur richtig krasse PCs, sondern hier oben auch die Kategorie Fortnite-PCs. Wenn wir hier draufdrücken, haben wir perfekte PCs, die schon für Fortnite optimiert sind. Viele Fortnite-Straider, wie zum Beispiel PokerX oder Rubix, haben auch schon eine PC von MyPC. Und wir können uns jetzt einfach mal einen aussuchen, zum Beispiel den Weißen hier, weil ich ein Fan von Weiß bin. Und das Krasse an dieser Firma ist, dass die PCs schon fertig zusammengebaut bei euch zu Hause ankommen. Das heißt, sie müssen eigentlich nur noch an Strom stecken und können sofort losgrinden. Außerdem ist eine Windows-Vollversion bei jedem Kauf dabei. Neben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis haben sie auch extrem gute Bewertungen auf der Trustpilot von vielen begeisterten Kunden, die mit den PCs und dem Preis zufrieden sind. Nachdem ich mir jetzt hier meinen PC in den Warenkorb gepackt habe, kann man noch ein bisschen runde scrollen. Unten finden wir einen Bereich Kunden kaufen auch. Und hier könnt ihr euch das Mousepad auch nochmal in den Warenkorb dazu machen. Weil wenn ihr im Warenkorb den Gutscheincode Magican eingebt, dann seht ihr hier, bekommt ihr das Mousepad kostenlos dazu. Also checkt jetzt sehr gerne den ersten Link in der Videobeschreibung ab, um zu MyPC zu kommen. Und damit würde ich sagen, wir gehen zurück in die OG-Lobbys. Ich muss erst mal durchziehen. Ich muss auch kurz hier, Kevin. Ich muss gerade noch hier, dann komme ich gleich. Ich brauche Madge jetzt ganz dringend. Ja, ja, bei mir Core-Skin. Ich komme, ich komme. Okay. Ab ihn. Sind unten welche im Bunker drin? Ich pushen, ich pushen. Ich pushen die vorne. Ich streng die Lobby komplett, ne? 40, 80, dead, dead. Karma, 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 karma. Ja, ja, ja. Ich kann nicht pushen. Ich kann nicht pushen. Alles klar, ich kann nicht pushen. Er camped in der Metalbox, glaube ich, immer noch. Ja, ich sehe es. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Da, schlag, schlag. Hier ist ein Finish noch. Ich will ihn. Ja, haben wir Greenlife? Wir haben, ich habe nur Minis. Warte, hier oben. Gribbler, Gribbler. One speed, dead, dead. Nice. Die Kato-Pupp ist zurück. Komm, lass mal pushen in Richtung Center-Map. Ey, Jungs, schau mal auf die Mini. Warte mal. Über uns, über uns, über uns. Warte, hier, 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 hier. 100, dead. Ich habe ein Jagdgewehr. Jungs, ich bin gleich tot. Hallo? Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, Jungs. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe mehr. Die OP, äh, MP, warte, ich bin tot, Jungs. Ich brauche Hilfe, ganz dringend. Ich komme schon, ich komme schon, ich komme schon, ich komme schon, aber ich brauche ein bisschen. Ich habe keine AP. Bounce Pads, bounce Pads. Crack, 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 hier über dem. Digga, die Chapter 3 MPs drin. Hä? Wie krass. Einer ist die auf heide, auf heides Crack. Digga, der Modus macht so Bock, ne? Seid, 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 seid. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, nice, nice. Okay, danke, danke. Hab ich Greenlife. Ähm, wir haben Greenlife. Ich hab da nicht, ich hab da nicht, ich hab da nicht. Und da uns? Das ist gar keine Jagdgewehr, ich hab eine Infantry, ja bitte, danke. Ey, dadurch, dass wir so selten gestorben sind, glaube ich, ist sehr gut. Also, wir wurden ja nur zweimal Rebound. Was ich gerade eben sagen wollte, wenn ihr, wenn ihr noch Zeit und ein Teammate macht, ein Kill, dann ist 10 Sekunden Respawnzeit runtergerechnet worden. Warte, gibts, lass mal da hinten pushen, auf meinem Marker. Aber ich setze noch da bei uns im Bildfall. Ja, ich bin lau, ich muss weggepoppen. Okay, komm, ich komm zu euch. Ich bin ja immer der Box, man, der braucht sich doch alles durch. Nein, nein, wir müssen wegimpulsen, ey, Kevin, ich muss wegimpulsen. Ich hab hier einen Tarp. Was ist denn? Du bist da, zwei Sekunden bist du da. Bin da, ja, genau da, wo du jetzt da bist, dann kann ich die pushen. Okay, ich lau, ich lau, ich lau, ich lau, ich lau, ich lau, ich lieg. Ich hol die mir, ich hol die mir. Bei der letzten Mal wieder tot bin ich, du warst tot. 100? Wie warst du mal rein? 100? Dead, dead. Hier, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Okay, 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 okay. Warte, komm raus, komm raus hier. Ich hab ne Bolt. Jungs, ich brauch immer noch Greenlight, mich dreht's komplett in alle Richtungen. Boah, Jagd, gewährt zurück. Wer nervt denn da von der Seite die ganze Zeit? Ach, ich vorne. Nicky, Ferdy. Ich pushe die da hinten um. Richtung Tilted gehen relativ viele. Wollen wir nicht viel? Bei mir sind zwei, wollen wir nicht kurz pushen bei mir, oder? Keine Mets, komm, ich werde. Ich komm zu euch, ich komm zu euch. Ich werde sterben wahrscheinlich. Nein, ich werde sterben. Die campen jetzt zweit in deiner drin. Komm zu dir, Flo. Der hat den Ebenwert an der MK, ne? Pass auf. Er camp dir drin, er camp dir drin direkt. Okay, okay. Man kann von der Seite einfach ran. Wollen, 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 wollen. Wollen, 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 wollen. Nein, ich bin dead. Zweiter Crack, auch noch Crack, auch noch Crack. Ich schnappe mir, ich schnappe mir. Meine du stinker. Okay, der hat die Lauf noch drin, ne? 90, Crack. Einer P. Dead, dead. Der ist so geil, ne? Mit Grablau und dem Pulset und alles, ey, mein Gott. War das deine Waffe, Alvi? Was denn? Ich hab ne mythische MK. Der hat die Mike gestocht, der hat mich damit angeschossen. Lol. Die sind doch özotische Waffen und so. Warte, ich geh mal dahinter. Ich pushe dich, ich pushe dich hier, Jungs. Geh, Omi. Bitte, 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 bitte. Wo bist du? Da vorne. Du hast keine Rotation, du musst voll laufen. Sind wir euch eingebaut? Oh mein Gott, bei mir sind so viele, ne? Ich hab jetzt bei Kevin. Ich hab zwei dead hier, aber einer ist noch über mir. Ne, zwei sind noch über mir. Kevin, wer ist ein Pulser? Ja, ich bin beim Erd, aber ich klaue mich nicht. Ich bin nicht hoch. Combat, Shotgun, Splasher, alles. Kommt her, meine Brüder. Kommt her, Kevin, hier Splasher. Ich komm zu euch, komm zu euch. Wo bist du denn hier? Kommt zu euch. Ich bin immer noch 23, man fightet einfach Infinity, ne? Ja, die Saison wird immer kleiner halt. Ne, warte, was hab ich für Shotgun? Lol. Hier sind 10 Leute wieder auf mich. Oh mein Gott, Digga, was ist denn das für eine Waffe? Etwas Snipe, Etwas Snipe, oben drin im Highground, hier drin, lass da rein. Ommi, ommi, ommi. Oh mein Gott, ommi. Ich bin auf erheizt, ich bin auf erheizt, ich muss kurz meinen Finish holen. Aber ein One Pump, bei mir ist noch mal einer. Oh mein Gott. Wenn wir kommen. Ich bin gerade auf Glück. Kommt zu dir, Flo? Ich glaube, der wird wieder gerestet, aber... Ne, ich hab Volldamage wieder... Ey, ist der dumm. Hab noch mal 200, hab 200, hab 200. 100. Nice. Ja, ich hab 3 dead. Ist er unter mir? Ich muss runtergehen, er ist runtergegangen. Okay, Jungs, wir brauchen jetzt den besten Sub und dann einfach killen. Er wird dürfen nicht mehr knock gehen. Ohne Spiel, bei mir. Alvi, bei dir sind 2, ne? Ja, ja, alles gut, ich hab die, ich hab die. Die sind sehr low, weil... Der Puls hoch. Der Puls hoch. Noll. Nice, aber ist schlecht. Das ist noch einer, bei dir Alvi, 60, weit, 60, weit, bin ich in der Box. Haben wir das? Uh, das Teamwork. Bei mir, bei mir der White Cat, der ist gut. Ja, sehe ich, sehe ich, Kevin. 20, 40, crack, 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 rein, 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 rein. Ist das ein geiler Modus, ne? Hilfe. Ist der geil. Weil es einfach geile Waffen sind und ich so... Ja, ja, so Spaß, Digga, das ist Fortnite. 50 Sekunden, dann ist deaktiviert. Er ist die vorne drin, eingebaut, lass den pushen. Ja, 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 lass den pushen, lass den pushen. Das ist gut, das ist gut. Oh mein Gott, das ist der nervig. Wo ist es aus? 30? 30, 20. Nice, stark, stark, stark. Das Team eliminiert. Das Team eliminiert, nice, stark. Ah, ich check das auch, Junge. Ah, wenn alle drei gleichzeitig tot sind, dann ist das Team auch eliminiert, glaube ich, oder? Nee, 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 nicht am Anfang. Der ist in einer bestimmten Zeit, glaube ich. Nee, nee, sobald ein Team weit raus ist, ist es vorbei. Genau, genau, weil, ja, weil ein Team haben wir vorher auch schon eliminiert gehabt. Oder wurde eliminiert. Wollen wir die pushen hier? Wollen wir die pushen hier? In der Luft über uns? Okay, nice. Noch eine über Luft. Dead, dead. Hier vorne die Banane. Lol. Oh, Jungs, die sind so low hier bei mir. 60 White, 60 White, unten drin Banane. Ich seh'n. 20 White auteran an. Banane dead. Nice. Also, 25, aua. Hier unten ist noch einer. Dead, dead, dead. Nice, stark, stark. Ich mach hier gar nichts, ich hab nur sieben Kills, ich krieg gar nichts. Leiter nochmal bei mir. Ja. Das ist Dauer-Action einfach in dem Modus. Das ist ja auch so Bock. Warte, wir haben hier eingebaut, hier sind zwei Leute, die kriegten Echo-Snipe. 105er. Dead, hab ihn. 100 dead, andere. Nice. Nice, stark, klar. Ibi-Skin hier hinten. Und hinten ist ein Riesen. Da hat ein Ibi-Skin drinne. Lol, nice. Oh Gott, ich paketet. Der kann nur schlecht sein. Oha. Bei mir im Wastnob ist auch noch einer. Oh, 80 Crack, Junge, meine Waffe ist so okay. Puschen bei mir. Bei mir sind zwei bei mir. Ey, meine Waffe ist nicht nachgeladen. Jungs, bei mir sind zwei Reasons, die sind ein bisschen confident. 24 auf die Distanz. Ich wurde gescheit. Ich kann gerade nicht wirklich helfen, ne? Wollen wir hier mal Impulse oder Dingster? Hau mal einen Crack. Acht Leute nur noch, Jungs. Hau mal Crack ein. Ich habe zwei Reasons, können wir die hier hinten pushen, bitte? Zwei Reasons, beide Crack. Ich push jetzt, ich push jetzt, ich push jetzt. Ich gehe jetzt drauf. Die sind beide dahinter, die sind immer da eingebaut. 19 wide. Die kommen von hinten rein. Wir sind beide raus. Wir gehen, wir gehen weg. Oh mein Gott, gebot-aimt. Aim-bott, das mache ich. Meine Woll. 39. 40. Dead, dead, dead. Stark, Jack. Team ausgelöst. Nice, wir sind dead. Miss Crack. Okay, 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 wir kommen, wir kommen, wir kommen. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ich habe leider die ganze Runde nicht einmal Rotation gehabt. Ich bin halt so langsam. Ja, der Grappler ist richtig krass. Auf mir ist einer. Es gibt Spaß, Jungs, ich habe Spaß. LOL. LOL. Auf mir? Wunder da auf mir. Ich muss Minecraft fighten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hole 2-Brand, ich hole 2-Tag. Nein, ich bin raus, GG's. Das sind Streams einfach, Jungs. Die wegen mit Picke. Ja, die kennen uns. Okay, letzter meiner Karte ist ein Dummieskin, den habt ihr. Okay, let's go. Wer ist gut? 35 Blut. 18 White. Let's go. Let's go, geil. Geil, geil, geil. Alter. Ich glaube, wir bekommen dadurch jetzt einen frischen Gleiter. Oh, Gleiter, ausrüsten. Ja, Gleiter, stimmt. Lass uns mal einen Tilt ran, oder? Ja, lass machen. Ich will jetzt mal so 25 Tilt machen. Ich habe Main, was für Doppel-Label, immer am Main landen. Ganz genau, genau, geschafft. Der Ball ist auf Main. Ich auch. Nein, AP. Mensch, ich bin wahrscheinlich aus. Wir machen. Ich bin wieder da. Ich habe drei. Ich setze ein paar Leute aus uns. Wann ich B? Wann mal. Ich bin fast tot. Ich bin ausgeschlossen. Doch, hier landen nur Solos jetzt. Full Action. Du musst hier bei noch drücken auf Brick, können wir da mithelfen? Ja, ja. Das nächste, welche Not sieht aus aus? Ich bin tot, GG's. Ich komme. Ich bin keiner drin. Keine Nut. Keine Nut kann hier. Ich bin weggegangen. Ich bin jetzt mit 70 AP im Keller und hab nichts zu gehen. Na, ja. Wir haben Grappler. Geht ihr fein, Kevin da um? Ja, ich fein gegen drei. Ich kämpfe hier auch kurz wieder zurück ins Leben. Oh mein Gott, 1 HP. Ich muss weg. Ich kämpfe jetzt wieder so mittelmäßig. Halt mal, wir sind einer drin hier. Die feinen hier drin. Genau. Die 3 sind hier auf Weih. Ich bin so low. Habe ein. Wie dran? Richtig. Ich bin jetzt die Apotheke. Ich habe Minis und Bigis, ich habe alles. Wollen wir hochgehen? Auf Heim? Nee, ich habe mal einen Bigi und dann lass voll dich hin. Aber jetzt ist es, aber jetzt ist es nicht drunter. Ja, ist es. Das ist weg, das ist weg. Ich stehe da runter. Digga, ist das ein Goldener Fisch da oben oder was ist das da, was ich da sehe? Weißt du, ist das ein Pokal oder was ist das? Das ist der Pokal, ja. Das ist er. Hast du den? Nein. Ich kenne ihn dir, kenne ihn dir. Ich kenne ihn ja. Was ist das? Das ist der Pokal. Das ist der Pokal hier. Einfach die Leute fullboxen, schmeißen. Die Torte ist alles. Der Fisch macht 200 AP, wenn du jemanden triffst. Der ist instant tot. Aber noch ein Team, noch ein Team. Oh nein. Ich bin restable. Ja, was? Oh, ey, ich bin tot. Nein, bitte. Ich kann es den Fisch niemanden geben. Ich gebe auf, ich probiere es sterben. Der ist da drin. Der Typ, der Typ, der Typ. Ich bin wieder vom alten Loot, glaube ich. Richtig. Geil, ich habe wieder meinen ganzen alten Loot. Mir geht es gut, glaube ich. Du musst ihn schmeißen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich rest. Oh mein Gott. Dreier Team, Vierier Team. Ich bin am resten. Okay. Das ist Vierier Team. Ey, eine Wall, eine Wall, eine Wall. Ich komme, Flo. Frank. Wolle, ich bin da. Geil, Flo, geil, Flo. Flo, ich brauche den ganzen Staff, der da ist. Rest, 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 rest. Oh mein Gott, ist das geiler Staff. Neu, von der Seite, von der Seite, von der Seite. Ich brauche den Fisch. Über uns, über uns, der ist low. Lass mich mal pushen, die oben. Ich schwitze, aber ganz die Körper an gerade. Seid ihr, seid ihr, Crack? Am mir Crack, Jungs, am mir Crack. Weißer. Bei mir sind mehrere, ich bin tot, Mensch. Nein. Wer, wer, wer? Es ist so nice. Noch 100, der ist auch loben. Wenn es da weiß, ist, dann bin ich 170. Ich wäschte das crazy. Geil, egal, wir leben noch das wichtigste. Unter uns hat jemand. Unter uns, bei Bricks, waren wir die pushen? Ja, genau. Weil ich jetzt, ich jetzt. 13,60. Apeg. Ich habe ab und schnell noch bekommen. Ich wurde trickstatt, ich wurde trickstatt, ich wurde trickstatt. Ich bin der erste, ich bin der erste, ich bin der erste, ich bin der erste. Ich krabbel weg, ich krabbel weg, ich krabbel weg. Werf den Fisch auf den, bitte. Flo, ich muss dich loslassen. Lass mich nicht alleine, bitte. Nein, sie wollen mich, sie wollen mich. Billy Eilish. Lieber singen und gefällt mir nicht. Nein, mein Team. Dad. Nein, oh mein Gott, wo ich bin. Nein, ich gebe auf, einfach. Ich komme meine Loot nochmal. Nehmen wir uns am Zonaren ab. Aber wir über die Bersaufen, das sind sieben Leute. Okay, für tot, glaube ich. Was ist der Fisch wegschmeißst du, damit die den nicht bekommen? Oder ist das versuchst du? Oh mein Gott, der Impuls ist alle weg. Alle Impuls weg, ist das krank. Schmeißen zwei in Zonaren, damit wir benutzen können. Nice, ich weiß. Abhin, abhin, abhin. Abhin, abhin, abhin. Nice. Der Alvi, der kommt hier von der Seite. Billy Eilish wieder. Ja, ich bin da. Ja, ich komme. Über die Engelbaut, über die Engelbaut. Lass dich rein, Alvi. Ja, ja, ich bin da. Billy Eilish. Komm rein, einfach rein, einfach rein, komm. Nein, der Fisch ist weg. Nein, oh mein Gott, bitte hol den. Ich habe keinen Metz mehr. Hinter dir, hinter dir, Flo, hinter dir, Flo. Ich kann nicht helfen. Er gibt auf. Flo, Flo, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da kommt halt ein anderes Team nochmal. Was passiert denn hier? Streams, die? Ihr müsst Kills machen, sonst reboot ich nicht mehr, glaube ich. Ich bin da, hier sind zwei Leute in deiner Box. Ich bin da. Let's, 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 let's. Ich finish den Snip für Alvi. Abfinish. Nice, nice, nice. Ich bin da, ich bin da. Das bohrt meine Brüder immer. Ich bohrte den Staff von denen. Er liegt da drin, ja, da liegt alles drin. Da kommt noch einer hoch. 1, 2, 2, 2, 2. Ich bin die Eilish auf. Hier beide. Du hast einen geflischt, ich habe den Namen getötet. Wo ist der Staff? Ja, wo ist der Staff? Der hat genau in der Box drin, ich weiß nicht genau wo. Die Fliegt da weiter. Überall, was da oben drin. Hatt, 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 gesniped. Nice, nice. Helle Runde. Neuschter deaktiviert und 1, 30, okay. Die Falten hier dringend, eh die Krone getroppt worden. Drei noch, zwei noch. Komm mir rein, wollen wir ein, die sind hier drin bei mir. Er geht runter. Wir tippen Komet weg, die haben voll Angst. Wir lassen mal Headshot-Snipe. 27. 20 nochmal. Aua. Wollte ich mal ein bisschen, Jungs, seid nicht die krassesten. Okay, wir sind die Gewinner. Ich bruche mich. Ja, ja, beide, beide, beide. Jungs, der Fisch, der Fisch, nicht auf mich. Nice. Letzter. 100. Hört ihr den. Und, 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 und. Hatt, wir hierbleiben jetzt. Rüe Box. Let's go. Let's go. Ich habe immer noch geile Kills gemacht. Gebt ihr einen Call, wo wir hingehen. Lass mal einmal den Retail Row landen, okay? Okay. War wir noch nicht. Retail Row. Ich schnappe so die Hundhütte. Das war immer meine Hütte hier. Geht weg. Meins, meins. Meins, hör immer nur aus deinem Mund. Ja, weiter. Sondern, der hat eine O-G-Ski. Lull. Ja, boy, Luigi. Er hat O-G-Sachen gespielt. Er hat O-G-Sachen gespielt. Eigentlich muss ich auch O-G-Sachen gespielt. Er hat O-G-Sachen gespielt. Er hat O-G-Sachen gespielt. Nimm mal die alten Skins auspacken, die man zehn Jahre nicht mehr gespielt hat. Weißt du, ich habe immer Weißmütze gespielt, ne? Ja, ich weiß, was habe ich damals immer gespielt. Und sonst sind wir mal Räuberin. 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 Oh ja. Wir sind viele. Ich habe keine Waffen zum Beispiel, ne? Ich bin auch am Weg. Geht alle, ne? Aber es sind halt viele. Oh nein. Ja, ja, nein. Ab ihn. Geil. Ein Loser. Ich muss kurz looten, aber ich habe keine Waffen. Ich kann mich nicht wehren, wenn ihr mal kommt. Oh, das Lama ist da hinten. Wo ist das Lama? Sag mal. Ne, das ist Metal-Lama eigentlich. Ganz vorne sind welche. Oh mein Gott. Irgendwie hat er auf mich geschnallt. Unter mir. Ja, ich sehe ihn. Jetzt ich weiß. Hey, der cheatet. Was kann ich cheat? Ich bin besser als er. Er cheatet doch, wenn ich jetzt verkack. Wer pein ich. Ab ihn. Alles gut. Bei mir ist nochmal einer. Der cheatet jetzt wirklich. RPG auf mich. Hilfe. Hilfe. Irgendwie ziehst du die RPGs immer an. Ich ziehe auch ganz andere Sachen an. Ich habe nur ein RPG bisher gesehen auf dem Boden. Ich habe noch nicht mal einen am Boden irgendwo gesehen. Oh, Karte Full Piece. Das sehe ich ganz genau von hier hinten. Boah. Wollen wir mal einen RPG mitnehmen und mal einen kleinen Rocket Ride machen vielleicht? Willst du? Komm, schick dich auch auf WM. Du schickst mir wieder in die... Komm, schick dich auch auf WM. Nee, da will ich eigentlich nicht hin. Ja, okay. Dann komm, ich hau dich in so. Also, ich will die Kisten kurz auch mal ein bisschen low. Memeke, bitte. Oh. Okay, let's go. Knall mich immer hin. Oh. Das ist geil. Ja. Gigi, Jungs. Könnt ihr mich resten, bitte? Könnt ihr mich bitte resten? Ich glaube, ich schaffe my Grappleus nicht. Ich glaube, ich kann das nicht. Das Wasser. 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 Ich bin im Wasser unten. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe mich. Ich stehe mich. Saves. Oh mein Gott. G's können sowas. Was? Try Rocket Ride können OG Player. Wer hat auch so gezittern. Ich dachte, ich schaff's nicht. Hey, Jungs, ich bin doch jetzt am anderen Ecke der Map, ne? So vom Ding her. Die gehen was machst du schon wieder. Weiß? Ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Ich muss kurz weg. Hier, glaub ich. Ich glaub schon. Kevin, die pushen nicht komplett. Die wollen nicht. Crack. 70. Nochmal 70 Crack. Ich wurde auch gesniped. Ich hab zwei von den Crack, Jungs. Das müssen wir gewinnen. Kacke. Das ist verrückt mit RPG. Und wie er direkt durchzieht. Oh, über mir drin. Über mir drin. Geht weg. Jetzt nicht. 100. Oh mein Gott. 1, 2, 1. Crack. Ich muss kill holen. Finish. Nein. Ich hab keine Mets. Deswegen sterbe ich. Nein. Kann ich raten? Er will finischen. Oh mein Gott. Bitte nicht. Ey. Seppi hier. Hier. Ich zieh. Ich zieh. Ich zieh wie ein Teammate. Ja. Beste Teammate. Darf ihr jetzt ein Abo auf YouTube da lassen und das Video abonnieren? Liken. Ich bin ja so am Öhen gegen den. Der war der größte Schwitzer. 74 Crack. Ich hole noch keine Mets. One Pump. Oh shit. Oh. Ich hab max damage gesehen. Ich war 150 HP. Ich lache. Haben wir green live? Nö. Das hast du. Asozial. Jungs, 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 Jungs. Ganz wichtig. Bitte kurz herkommen. Ich hab ne ganz wichtige Verkündung, okay? Stell euch ganz kurz hier bitte auf die Holztreppen rauf und schau dir die Richtung, okay? Komm her, komm her, komm her. Ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist, nein, 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 nein. Das ist Live Event, das ist Live Event, okay? Schau mal, schau in die Richtung, schau, 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 da hinten. Dann passiert's. Dann passiert's. Okay, ihr macht gleich was ich euch sag und dann sagt ihr das erste was euch in den Sinn kommt, okay? Okay. Ja. Geht euch jetzt um 90 Grad. Giga Chat. Was hast du gesagt? Giga Chat. Okay. Ich wollte wieder böse sein, aber ich sag's nicht. Hey, warum? Was ist? Das ist Johnsy. Achso, Johnsy. Oh nein. Drei Team, drei Team. Achtung. Johnsy. 40. Bei dir ist schon 40 drin. Oh mein Gott. Nochmal 40. Nochmal 40, dead 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 dead. Drei Wall. 100 dead. Es ist noch einer, glaub ich. Oh mein Gott. Boah. Alvi Prime. Komm ein Paar Leute an den Club. Guck. Okay, geh hoch. Ey, die Skars ist gut krank, ne? Gleck weg, ich gehe weg, da geh weg. Ich hinterher. Ja. hitze. Ich hab da bisschen gepullied. Das ist wirklich krank, mit der Skar, ne? Lernst du mal bei mir. Ja, das ist das krass. Seltsicht durch. Heute ist durchziehfreier Tag. Will den Aerob haben, oder was? Joach nicht, Kollege? so und nicht nämlich so nämlich immer im monat ich bin da ich bin da ich bin da bleiben 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 mein mensch ich habe auch schon das wirklich schnell rotieren ist das ist wieder der selbe august august an 70 weit ein ap neuestem unten tilt es naja emily edit ihre marme ist ja danke fürs erlitten edit einfach meine marme reise und das nein brooch man muss nicht rollen Es sind zwei Teams, deswegen. Ich weiß, wir trollen trotzdem. Ich habe mir gesagt, ohne Trollen heute. Heute Troll frei. Wer kommen denn hier? Zwei Full Squads die ganze Zeit fighten, glaube ich. Das sind meine ich alle One-Nits. Ja, ja, aber überlebt noch, warte noch. Ja, das ist gut. Ich will nicht rein, ich will eigentlich nur... Mann, ich kriege jeden One-Nit, aber keiner geht dead. Ich will da unbedingt rein, wegen Satz wieder. Ich will meine Goldene Pump wieder. Ja, geht da rein, meine Brüder, geht da rein. Okay, lande, lande. Dann schnapp ich mir jetzt 70 weiter oben drauf. Komm her, hier. Kommst du sofort her. Ich kann nicht schießen, Bug. Jetzt wie weit? Habe ich noch Volldamage. Oh mein... Was heißt Oh mein Gott? Ja, ich habe ihn halt geholt, aber... Nein, Bro. Ich seh's, ich seh's. Ihr müsst mich resen, bitte res mich, bitte res mich. Bitte, bitte, bitte. Ich esse Goldene Skade. Ab noch rein, ab noch rein. Ab noch rein, ich bin ein OP, ich kann nicht helfen. Ich habe ihn müssen machen. Hier ist alles, hier ist auch seine Pump, ne? Ihr müsst nicht mehr sterben jetzt. Ich habe nur eine Goldene Skade, deswegen wollte er gerettet. Nee, ich kann nicht gucken, was ich hab. Mit der Schreie. Nein, ich darf nicht selber an dem. Okay, nice, ich hab den nächsten. Die schwitzen, die kommen halt rein bei mir. Der kommt ja ganz zu euch geflogen, glaube ich. Funt you right, Funt you right, Funt you right. Oh mein Gott, neben mir. Der fahr ich auch. Irgendwie war ich da. Aber ich seh ihn, Albi, ja? Lett, hab ihn. Editing im Amt schon wieder. Er will Spielediten, aber macht nicht. Bei mir sind noch welche. Ich bin halt einer am Payphone, komm mal auf. Ist nicht durch. Ich habe hier vorne eine Heelotte, Manns. Läuft ab. Dann haben wir die Puschen, oder? Lärzt nicht? Zweiß ist weggefolgt. Lässt du auf den weggeholst? Ich auch in der? Geht's ja fein. Komm mal, ihr kriegt bei dir der. Lärna P. Und das? So krass hat meine Demiär so viele Gegner eigentlich raus, ne? Oh, aber jetzt nicht mehr sterben. Oh, ey, ich schieß jetzt, oder so. Ja, okay, ich schieß's jetzt, oder so. Du musst resten, hier, musst du resten. Komm mal rein, komm mal rein, komm rein, komm rein. Warte. Ich bin aus, noch mal 15, grad ich mach gerade. Komm mal rein. doch mal deine klöden junge ich habe ihn noch das müssen so ich sehe es ist jetzt nicht 80 crack bei dir, Kevin. Hab einen. Nice. Okay. Oh mein Gott, nein. Neues Team. Hinter mir kommt ein neues Team. Kommt nochmal. Neues Team, neues Team, neues Team, neues Team. Crack, hab einen. 100. Ich glaube, sie werden von 9 gepusht. Maybe, maybe, maybe game over. Der bei dir ist minus 100, Kevin. Oh mein Gott, nice. Die pushen hoch, die pushen hoch. Wir müssen weg, hier weg, hier weg, hier weg. Ja, ich komme. Ich gehe weg. Wir sind zu krass, die haben alles. Ich hab mal einen Typ und einen Geresthalter drin. Ich air-drop, ich air-drop, ich air-drop. Der ist full-squat, Jungs. 4 gegen 3. 4 gegen 3. Die kommt zu mir, oder kommt die zu mir? 1 gegen 3. Nein, die kommt zu dir. Oh, das ist gar nicht gut. Ich glaube mal. Man kann jetzt hier nicht, weil das game kacke ist. Bei mir Putz geht nicht. 110, 110. Ich bin tot. Oh nein. Er tunt, er macht einen Gritty auf mich. Er spielt jetzt einer. Streamsniper. Die beiden sind in der Box da drin. 110. Ihr gewinnt das, Jungs. 2 gegen 3, also ich. Ich schieb mich gerade. Ne, es geht gar nicht, Bro. 2 an meiner Augen. Jawohl. Ja, tunt. Ja, ne, haben wir auch Gritty gemacht. So ein Loser. Kevin Tours. Nicht mit der Pump. Ich bin auch mit der Pump. Ich bin auch mit der Pump. Stark, stark. Ich bin auch mit der Pump. Ich sind noch nicht zwei Loser. einer Eis. Was für wirklich mit der Metz. Oh. Ist das so kacke? Ist das ein Grappler? Mein Bildschirm ist rot. Warum ist mein Bildschirm rot? Oder noch Metz? Vielleicht. Stark. Kann ich noch nix machen. Gut gespielt noch. Mach gleich wieder ein Greedy. Ich seh's doch schon kommen. Komm, mach den Greedy, komm. Komm, mach den Greedy, komm. Er war 5 HP, ne? Es war trotzdem eine krasse Runde. Wir haben 30 Kills. Ja, was in Ordnung. Gut, Freunde. Das war's mit dem Reload OG Fortnite. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Modus haltet. Und ob euch das Video gefallen hat. Und dem ich will euch sagen, danke, für's dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.